Die Maschinenpistole 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 er liegt hier hier ist nix schlechter loot im 16 liegt noch hier da liegt auch noch einer da vorne 6 links gleich der wechselmagazin für die vector aber sonst ist hier nicht glaube hier ist schon fertig gelootet ich glaube hier waren doch keiner nene hier war kein das sollte zumindest keiner hier sehen es ist noch ein holo wie sie hier wie sie habe ich alles leckt vielleicht ein vierfach wenn du ihn findest eins habe ich jetzt auf meine m16 gepackt um belegte kann es sein dass ich ein moped gehört habe ich habe keine ahnung bei 300 es ist eine richtung kann ich dir nicht sagen ich weiß es nicht ich fange jetzt auch an die rauchgranaten mitzunehmen ja wenn du ausgenockt bist kann ich sie schmissen weißt du habe ich vielleicht bessere spielst du dich dann wieder zu beleben gut machen die anderen ja auch immer ja ja genau nur das problem ist es ist echt sehr laut und andere leute hören dass er nichts mehr und du hörst nichts mehr ich habe erweitert das magazin hier liegen für die vector wenn du brauchst die vector auch cool ja kommen gleich oder nimmst mit habe ich mit dem platz hast ja und zu dir ist nichts mehr müssen wir dann sowieso weiter hier schau das gewicht ihr auch brauche ich nicht snapper das hast du nicht woher gehen wir wir müssen eigentlich nicht in der zone halt oder ja wir sind ja in der zone warten wir auf die erste zone ab ja geben wir die gelbe häuser damit ja dann bleiben wir dort bis die zone kommt ja ich habe einen achtfacher drauf ich habe einen vierfach ich finde mittlerweile ist das einfach gar nicht so schlecht auf dem sturmgewehr ich glaube das hat sie irgendwie gepätscht es ist ja eigentlich auch nicht schlecht aber sobald der kreis klein ist dass es vergessen der stimmten der hier war niemand zu viel erster hilfekoffer habe ich jetzt ich habe jetzt die zurück und eine seine jetzt tasche nicht schlecht hier liegt noch ein 3er rucksack und 2er wester dieser server ist so verrückt hier ist nur die drei unterwegs die 3d 2 aber es leckt auch ein bisschen bei mir nicht ich merke ich merke es bei dir lektion weil deine stimme manchmal so verzerrt ist komisch bei dir knistert die maße so wir warten jetzt ja immer dazu die felsen ich will hier weiter rauf kann mit den acht fach besser spotten da ok du kannst ja dort bleiben ich gehe weiter rauf hier vielleicht will ja noch jemand nach milta ich spotte mal die stadt ja das habe ich auch gerade ich sehe einen spieler bei 15 am strahl ist es auch gesehen wie siehst du den vier fach gibt es noch gar mit dem vier fach sehe ich es auch sind bei dir auch so die häuser so matschig von der entfernung komisch hat ja das er ist nicht endlich mal fixen er ist immer noch da unten drin ja ich schau mal hier und erdwop bei 300 was ich sehe ich sehe eine spieler warte mal bei 3 310 aber ich weiß nicht was mit dem ist afk oder so warte ich schieße mal da ist der airdrop hitmarker tot der war afk der lag einfach so dort ja oder ja keine ahnung warum lassen sie zum airdrop laufen wieso ich gebe dir einen schutz von dir ich gebe dir einen schutz von dir ja ich gebe dir einen schutz von dir schauen wir mal ob noch was drin ist da steht ja auch im stv ja wie ist die zone warte mal die zone ist sowieso ja eben wir müssen sowieso ja warte ich schau mal wo der spieler ist von der stadt ah ich sehe ihn wo hast du den einen gekillt bei den häuser bei 300 320 sowas die häuser die roten hier hier blaue markierung so weit ja ich habe achtfach cool ein gegner der sich nicht bewegt der ist schlechtes ziel ja die haben hier schon gelootet aber ich habe nur anvisiert und äh was ist das wie sie hat er sich ja abstufungen von der entferne ja da habe ich genau erster ding das musste er immer der kalibrierung nehmen der erd ist gelootet ja ok vielleicht sind die noch hier bei den roten häusern ja aber der typ war afk ja und der hat er nichts wir hätten sie schon längst getötet ich glaube das sind ja lipofka weil der eine typ der hat so komisch gespottet unten bei den häuser ich glaube da unten sind zwei teams wir könnten hierher gehen zu die felsen da irgendwo und die abfangen ja mach mal wo ich bloß markiert habe irgendwo da bei fels wir müssen nur aufpassen dass nicht dann doch jemand da in den häusern ist ja die müssen bei der nächsten zone raus also jetzt gleich dann ja nächsten zwei minuten wir müssen nur aufpassen dass da vor uns keiner wo schon schimmelt jetzt momentan läuft es echt flüssig ich weiß nicht ob es an den treiber liegt keine ahnung zwischendurch ruckelt es ja aber drüben sind die häuser offen bei 330 ok ist hier irgendwann push ja ich lege mich hier in den push rein ich hoffe mich hat keiner gesehen jetzt hier ja oh bei mir leckt es wieder habe ich gerade einen Satz vor dem Baum gemacht obwohl ich dahinter bin ok ok ne bei mir geht es irgendwas habe ich gehört bei 300 etwa oder ist das ein Auto keine ahnung der eine spieler früher war irgendwo bei 75 ganz hinten am strand ja von da kommen die schüsse ich höre schüsse unten am strand oder irgendwo unten ja aber die müssen eh kommen ich habe keinen killback äh feed gesehen dass jemand gestorben ist ja ich auch nicht jetzt ist jemand ausgelockt wo denn ich habe einen gesehen ähm bei 75 zwischen 75 und Osten ok wir müssen jetzt kommen ja meine Hände sind eng geschlafen bei der Mause das ist nicht gut denn langsam müssten sie kommen ja wenn sie nicht ein Auto haben da vorne ist ein Tatscher aber wenn sie rüber laufen zerschiesse ich den Reifen ich glaube der Looten ist sie gerade wahrscheinlich ja aber die müssen jetzt gar nicht los ja entweder kommen sie hier bei der Halle rechts bei dir ja da sehe ich nichts ich habe Schüsse gehört von 300 wo sind jetzt die Arschlöcher da vorne fix keine Ahnung na warte wo ist eine Zone ok ja die werden nach links laufen weil links ist die Zone ja die werden sie ja den Strand entlang die fahren die fahren mit dem Auto ah ich sehe sie ja die sind mit dem Tatscher weggefahren ja sind nicht noch Leute in der Stadt ne ich glaube nicht links war Schüsse bei 300 früher ja habe ich hast du gesagt ja deswegen laufe ich hier unten lang wo sind die mit dem Tatscher hin ich habe keine Ahnung die kämpfen sich ja irgendwo am Rand von der Zone ja das Problem ist jetzt müssen wir in die Richtung von denen ja ja ich sehe ihn ich sehe einen warte mal wo ist er da die laufen beide Richtung 345 ja ich sehe es ja ja sind das die mit dem Tatscher ja keine Ahnung einer lauf drauf Richtung 15 der hat auch ein 8 fach das pottert dich schon meinst du links von uns Schalldämpfer ich schieße mal Lobo pass auf ja warte da kommt ein SUV hat er läuft weg siehst du die nur einen wo ist der andere ich weiß es nicht von links irgendwo von links irgendwo Richtung Westen 285 habe ich irgendeinen Schalldämpfer gehört geh rein in die Zone oder wie halt wir sollten rechts Richtung Klippe aber wo der zweite ist weiß ich nicht ja das ist ja das Problem jetzt wo ist der andere hin der erste wo du gesehen hast der ist rauf äh Richtung 30 dann wird der oben an der Klippe stehen ja wahrscheinlich ja aber der andere ist der zweite der war nicht zu zweit oder wir waren zu zweit ja da muss der noch irgendwo liegen vielleicht liegt da sogar im Busch da unten ist ein Dacia ja wir sollten hier rauf lobo ich weiß da vorne ist der Typ aber ich weiß dass einer hier ist da und von oben hast du besser einen Überblick als von unten da schießt einer hier direkt vor mir ja nicht schießen bevor wir mal nichts zusammen ja schießen wenn du da kannst sehr geil ja ich sehe ihn nicht genau von dir muss er sein ja ich sehe ihn ich sehe ihn ich sehe ihn der ist genau 345 ausgenockt ausgenockt ich werde erschossen lobo siehst du ihn siehst ihn nein äh du hörst da ihre schüsse ja ich weiß wo er ist aber ich sehe ihn nicht nicht das ausgenockt wirst du jetzt sonst bleib hinterm Baum bleib hinten irgendwo vielleicht wird sogar ich er hat belebt ihn vielleicht du hast ja die anderen gesehen er ist beim Felsen er ist beim Felsen er hat nicht mehr viel Lobo er hat er ist dort er hat er okay wir haben auch ein 8fach ja das ist sowas muss schneller gehen zurzeit erwarten ich komme auch Ich heil mich mal. Ich zieh schon sehr viel ab. Ja, ich muss mir jetzt auch gleich heilen. Wie schaffe ich es noch? Was habe ich denn alles? Ich habe nicht viel. Ich schmeiße das 8-fach jetzt zurück. Also ich habe mir jetzt alle Busch genommen, was ich hatte. 16 Spieler, ok. Oh, mir ist einer! Nein! Ach du noch einer! Wo kam denn der her? Ja, da hörst du die Steps nicht. Ich habe sie gehört noch. Bin schnell aufgestiegen. Kann ja nichts sein. Ich habe mich gerade voll geboostet, hey. Okay. Haben die was? Ja, erste Hilfe, sehr gut. Ach nein, warte. Ich puste mich jetzt auf. Weckschweine. Ja, auf einmal. Ich habe sie noch gehört, aber... Ich dachte, du bist aufgestanden. Ja, du darfst auf sowas nicht schauen, Lobo. Ich sehe einen Spieler, genau im Westen, hinter dem Baum und da ist noch einer, der läuft auf hinzu. Hit, hit, hit! Zone! Rot! Es war ein Swap im Baum. Das ist doof jetzt. Das ist doof, ja. Wir sind hier voll auf freier Fläche. Ja. Auto kommt. Ist tot, einer ist tot. Ja. Aber nur einer. Waren die nicht die Zweit? Ich glaube nicht. Nein, einer ist durch Fallen gestorben, okay. Oh, ich kriege Schüsse. Ja, ja. Ich... Ich weiß nicht wo, aber er müsste Westen sein, Richtung Westen. Ja, ich sehe sie. 255. Zwei Leute. Aber die müssen herkommen. Die müssen herkommen. Ja, ich sehe einen. Tot, ausgelockt. Der zweite läuft zu ihm hin. Ja, ich sehe sie nicht. Wo... Ja, die sind jetzt genau Westen hinterm Hügel. Ja, nein, ich sehe sie von hier überhaupt nicht. Ja, die sind jetzt hinterm Hügel. Ich sehe einen Tatscher bei 300. Ich muss mich anders positionieren. Da vorne sind wir hier mit... Fuck, ich muss rein. Oh, ich kriege Schüsse. Ja, ich sehe ihn leider nicht. Hey, irgendwo vor mir. Ja, der hat mich. Ich weiß nicht wo er ist. Irgendwo vor mir. Ich schaue schon. Ich schaue schon. Ich schaue schon. Ja, aber du kriegst mich nicht mehr. Der muss irgendwo bei Norden sein. 345 sowas. Keine Ahnung. Jetzt hat er mich endlich erschossen, die Drecksau. Der muss irgendwo rechts von dir sein. Ja, ich sehe... Ja, 300 irgendwo, ja. Da sind die zwei Wichser. Er hat mich erschossen mit seiner M14. Ja. Seiner Mini 14. Er tut sich gerade heilen. Ja. Positionswechsel machen. Ja, es ist nicht zu einfach. Ah! Einer ist tot. Er ist nur noch der letzte. Ich weiß, ja. Der letzte. Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Ja. 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 Alter, es ist nicht einfach. Echt. Fährs bei Ersten. Ey, weißt du was ich nicht verstehe, warum ich keinen Kill bekommen habe von dem, den ich ausgenoggt habe und der dann außerhalb der Zone gestorben ist. Vielleicht wurde er wiederbelebt. Noch kurz bevor. Weil... Einer hast du ausgenoggt, der andere hat ja noch gelebt, oder? Ja, ja. Vielleicht hat er ihn wiederbelebt und... Und dann...